Hallo und Herzlich Willkommen bei der neuen Folge LS19 auf der Bergmanns Zoo. Oh, sie ist schön geblieben gestern. Beim Tiermenü sind sie schön geblieben. Beim Fliegen, die Lage. Also fangen wir mit dem Stroh an. Beim Waschen war aber genau beim Wollner-Schmarr ins Falschmarr. Da war doch was. Erstmal eins. Die Fahrzeuge sind aufgeräumt. Jetzt identieren. Jetzt füllen wir den Dengel. Dann füllen wir den Dengel. Jetzt füllen wir den Dengel. Jetzt in die Werkstattung aufgeräumt. Da ist schon aufgeräumt. Ach, sie haben schon aufgeräumt. Dann bekomme ich den Zustand der Zustände. Dann füllen wir den Dengel. Ja. Ich darf eine unter creepischere Ausgleich sein. Das will ich den Dengel. Der Dengel ist aufgeräumt vom録äumt. Und, ich, den Hübschmarr. Dank muse, die Jäsen war weiß. Und dann selbst, die Dengel ich und ich. Schalt überhaupt. Vielen Dank. sind die falle Schlümpfe oder sind die falle Schlümpfe ok 10 Minuten macht auf oder der letzte dann haben wir es wie ihre Versorgung so machen und 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 naja Ja. Das ist der Rägergrund. Ja. Ripped. Aber vorne hinten. Das ist der Rägergrund. Da wiegt da kleine Klöpfchen ins. Da. Da. Ich muss den Schluftrohspulen damit. Die Kippen aufmachen. Die Kippen aufmachen. Das kippen wir einmal nach. Ich habe den Schluftrohspulen. 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 Da. Das Nächstes counselors. Die Tiere sind dran. Die Nähme. Die Höhlen gehen. Lebridge-ams. ich habe ein bisschen mehr Bums mit mir Kollegen ich will mir sowieso nicht passen, ich will lieber schöpfen das ist der Berghof nichts mit realistischem Gewicht drin gut, da hinten die Radgewichte und dann das noch Radgewichte und ich habe den Krabung weiter hinten auf die Radgewichte ein bisschen arg hacklastig egal, da ist geschlepper geworden ist meine Meinung dazu für Sie wie ist das für Sie zu eingeschleppeln mit einem Spam-Anruf lasst mich Ruhe So was Rätsel Rätsel Ich habe immer eine besondere Nummer und Spaß gemacht und die Nummer zur Zeit nicht vergeben Grübel, Grübel Wie kann mich die Nummer anrufen, die es gar nicht gibt Finde ich schon phänomenal muss ich sagen Wenn eine Nummer anrufen kann die gar nicht vergeben ist Dann kriegt er auch keine Hilfe vom Partnerstatus oder von irgendwelchen Behörden Der Mobilfunkanbieter hat gesagt Ich möchte mit der Bundesnetzagentur in Verbindung setzen Die Kunden was machen Wenn die Nummer nicht vergeben ist, können wir nichts machen So wächst meine Spamliste auf ein weiteres Emotion So Die 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 Selben Sprache Die Die Der 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 Hallo? Ich schicke. Ich denke schon mal, dass wir die Universität nur verspritzen lassen. Ich werfe den kleinen Händler? Das ist toll, es hat nicht gewünscht mit allem. Vor uns kriege ich es noch mit und sage, dort ist der Glitzer jetzt, feuer ich voll nein. Sinkt man. Das ist nicht auf dem Boden, aber nicht auf dem Herpunkt gesetzt. Mit solchen Fahrzeugen mit Spalttabletten. Spätten mal düngen. Nichts mit Radgewicht. Falttabletten als Falschneider, wie sie alles genannt werden. Gebereifung. Es ist nicht so richtig, dass man das zum Schutz der Pflanzen macht. Ich habe in Realizer keine gesehen, aber im Spiel sehen die wirklich aus wie Papierrädchen. Oftmals muss der Schlepper ein bisschen gemischt. Reinschlafen. Dann kannst du auch so rechnen. Also wo passt. Wenn du so ein bisschen Stücke gehörst. Nein. 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 Sooo... Nein, wie geht es? Vielen Dank. 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 Vielen Dank.